Hello! 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 Bitch! Hey! Ah! Hey! Girl! Meine Kinder, momentan meine Ausdauer und meine Kondition ist gleich null. Und ich habe es jetzt seit zwei Wochen angefangen, Homeworkouts zu Hause zu machen. Und ich fühle mich schon komplett, als wäre ich eine Fitnesstrainerin. Und deswegen habe ich mich heute entschieden, dass wir diese Scheiße zusammen machen. Weil, bei den professionellen Trainern, es sieht immer so einfach aus. Die sterben nicht, die haben keine Atmungsprobleme, NOTHING! Die machen 15, 20, 30, 50 Minuten Workout. Und sieh so. And by me it's not the case. So, wir machen diese 15 Minuten Workout zusammen, der realistisch ist. So, falls du das noch nicht gemacht hast, pack deine Sportsachen an. Because this bitch here is about to teach you how to work out! Okay! Pro Übung 30 Sekunden und dann 10 Sekunden, um klar zu kommen, okay? Ich fühle mich so fucking down! Let's go! Okay, wir starten ganz entspannt. Bei mir, ich habe zwei Sportbehörde runter. Okay, mein Po wackelt, meine Titten wackeln. Alles tut weh, oder? It's okay! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Girl, please! Meine Nacht war in Degg, und ich bin very mad! Und schon mal? 30 Sekunden, wow! 10 Sekunden entspannen, Maris! Als Maul! Not the timer, who is this? So, für die nächste Übung, machen wir das noch! Squat! Okay, wir sind in der gleiche Gruppe, und ich wei. Also, wir sind in der gleichen Gruppe! Wooo, aber! Und da, wie ist das? Ayo! 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 Aber so!" 10 Sekunden Pause Und wie geht es euch? Was ist das? Komm bitte! Spring! Spring! Wirklich, meine Nachbarn, wenn ich so hasse einen, und man kann auch so machen, ich weiß nicht, ob das nützt, aber... Komm! Wie schnell diese 30 Sekunden vorbeigehen, wenn man Spaß hat, okay? Komm, wir beilen uns jetzt am Boden, wir machen Planks! Einfach halten, 30 Sekunden! Der wird so schnell gegründet sein! Der wird so schnell gegründet sein! Oh mein Gott, das ist scheiße für Barschon. Ja, ich bin golden. So. So. Ah. Fan. Danke, Tifer. Girl, please. Gib mir ein fucking break. What the fuck did I do to myself? Oh. Why am I doing this? This, I don't know. Ah. Girl. Done. You're making squats. Um. Nicht. Punch it. Punch this bitch in your face. Bitch. Bitch. It has me nicht. Ah. No. 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 Und hat die Spaß? Mega. Same. Schon dann? No. No. Okay. Okay. 10 Sekunden Pause. Girl, I am dizzy. For real, for real. For real, for real. Nächste Übung. Einfach Squat und bleiben tief. Wir halten einfach 30 Sekunden. Wir sind schon nur ein Gestöne. Dieses Video war wirklich ein Gestöne. Ich bin ein Hörty, Mama! Ich bin ein Hörter, Mama! Wir sind auf die Feuer! Es tut mir! Oh Gott, Lord Jesus! Und jetzt. 10 Sekunden. Warte. Komm. Wir machen jetzt planks. Run. Und so. No, no, no. Das ist der schlimmste Tag der meiner Leben, ich werde mich zuerst töten. Meine Nachbar! Werde mich! Was ist das? Ich werde mich zuerst machen. Weiter machen! Ich kann nicht mehr. Weiter machen wir die 30 Sekunden. Jetzt machen wir etwas einfaches. Wir machen jetzt ein krackiges Stück. Wir spielen jetzt ein Seil. Wir machen jetzt etwas. Das ist voll mühsam ist gleich. Wir gehen jetzt am Boden. Wir gehen jetzt am Boden. Wir machen so ein Ding wo man die Beine hoch macht und dann runter. Aber man geht nicht am Boden. Das macht in dem Bauch Schmerzen. Ich schwöre auf Gott. Okay. Es ist so. Und dann gehst du runter. Und dann. 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 Aber die Scheiße. Ich mache es. Ich mache mich. Ich mache es so gut. Ich weiß nicht, was zu tun. Okay, wir machen jetzt um. Um! Stellt euch vor, das ist ein Reutiger. Dein Ex. Mein Ex. Und ihr ballert ihn oder sie weg. Reutiger, geht aus dem Weg. Wie kanntest du nur? Bitch! Und. Nichts, ich schade, fähne, boah! Ich hatte nur 7. Beide, geht bei 50 Sekunden. Trink weiter, Marisa. Trink weiter. Wow, waaay. Ui! Jetzt machen wir, wir rennen auf den Place und wir kicken die Beine hoch, also die Knie. Meine Nachbarn werden mich wirklich hassen. Normalerweise mache ich das barfuß, aber wir verkaufen keine Bilder kostenlos und deswegen habe ich Schuhe. Meine Nachbarn. Komm Marisa. Jetzt sind wir auf den Boden. Auf den Boden. Wir machen das mit den Armen. Wenn ihr könnt, ihr könnt das so machen, aber ich brauche meine Knie. Ich kann das nicht tun. Und dann runter. Wir machen das mit euch. Girl. Go, what is that? Drei. Vier. Ich lasse meine Leben so sehen. Fünf. Fünf. Girl, wie unangenehm ist das? Ich muss drauf. Okay. Yay. Good idea. Oh, Lord. Oh, Jesus. 10 Sekunden Pause. Wir machen jetzt einfach halten. Okay, Marisa. Wir drehen uns. Und wir tun einfach so per Runden. Und wir halten das jetzt 30 Sekunden. Oh mein Gott, ich spüre Schweiß in meine Flaschen. Komm, komm, komm. Ich habe noch 20. Girl. Wie können die Leute das machen? Nach 10 Sekunden, komm. Ich kriege ein Kind. Wir gehen unten. Wir machen Planking. Und wir tun unsere Rorte. Beine hoch. Eins. Zwei. Drei. Detleggendes Das is einer Bogen. Pogen. 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 Oh mein Gott, die muss mehrな. Die Coach ist zu groß. Manig. Ist Oh mein Gott, das ist so ein bisschen schwer. Wir machen diese professionellen Leute immer so. You did it, mir hat das euch gefallen. Aber nein, 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 wir machen noch den Übungen und ich kann mich mindestens verabschieden. Was ist denn mit dieser Wecker? Das Video ist ein Mess. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht zu abonnieren. Ich bin wirklich Fitnesstrainerin von den ganz Großen. Ich bin McDonalds, wirklich mit meinen zwei Wochen Erfahrung. Trust and believe. Aber ja, ich dachte mir einfach, wir brauchen für das Sommer ein bisschen bessere Kondition. Ich muss anfangen, irgendwie meinen Körper zu bewegen. And guess what? We are doing it. So, zeig das Video gefallen. Vergesst nicht einmal nach oben zu geben, kommentiere. Hat dir so Spaß gemacht? Soll ich mehr Workouts machen? Soll ich zusammen fitte werden? Das wäre fun, Entschuldigung. Okay, ich wünsche euch den besten Tag eurer. Girl, please. I'm out.